Willkommen! Willkommen! Lassen Sie mich bei den Kontrahenten kurz vorstellen. Er kämpft sich mit der Rechte aus dem Blauen Ecke. Er trägt die Tarnfarben. Er ist 1,81 Meter gross und 83,8 Kilogramm schwer. Er kommt zu uns mit 60 gegenüber drei Niederlagen. Er repräsentiert Samsam. Kommt aus Ulm Baden-Württemberg Deutschland. Begrüssen Sie bei mir! Honor! Eschleien! Schleien! Er trägt die schwarze Hose. Er ist 1,82 Meter gross und 80,9 Kilogramm schwer. Er kommt zu uns mit 7 Sieg. Drei davon durchkommen. Gegenüber drei Niederlagen. Er repräsentiert Top Team Zürich. Kommt aus Bania Luka. Begrössen Sie bei mir! Serjan Domenia! Serjan! Vier Thanh Wörter – Föss! Vier Thanh Wörter – Föss! Vier Thanh Wörter – Föss! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.